Halli Hallöchen und willkommen zurück bei Forte 9 50 gegen 50 endlich geht's wieder es geht wieder auf der Hölle EPK Games ein paar, das ist voll doof Achso, ach wir sind jetzt in einer extra Gruppe auch noch Mist, ich hätte zumachen sollen Ja, schick'n Ey Alter, halt die Tuche Ey Ey, schau mal ne Tochter, die sagt auch mal ey Ey Mann ey Mann ey Mann ey Ja, das ist voll süß und wie das sagt Rathol Spring aus Ja, spring noch raus Ähm Vital Fields Spring mal raus Ich hab' markiert Eins, zwei, drei Die markieren eh nicht, also von da her Rote Ja, ich sie dazu Bei 75, ne Ungefähr Ungefähr Wollt ihr einfach mal, ich folg' mal deinen Namen Hör mal, folgt auch meinem Namen Wir da landen, da, 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 komm, lass mich runter, lass mich runter, lass mich runter Ja Der Herr, du hat die gleiche Idee Ja, sie ja Bist du was? Nein, das ein Gegner, ein Gegner, ein Gegner Ich bin down Fuckin Fuckin No No Halt die Fresse Jo Tag Willst du mich wieder? Komm hier Fuckin Ja Fresse Die Tschütteln Gegner hier gelandet Du darfst, muss auf mich gucken Ja, ich weiß, aber ich hör' unten eine Tür, das ist ganz, aber einer von unseren Leuten Tuch Du die Waffe Du mir die Kiste Ah, das ist ein Waffen Ah damals Das ist ein Waffen Cocker Danke Du Tu die heilkiste mitgenommen hast, die ich hätte gebraucht Ehh, warte warte Stephanie Ch problemas Geh weg Sech dich schmeißen Mühe Ich habe mich jetzt noch 75 hoch, dann reicht das. Also wenn du nochmal, oder wenn jemand von unten was bei... Ich habe Muni, aber keine Waffe, das ist sehr geil. Unten, unten, unten. Komm direkt raus, hat nächste Haus. Hier ist noch eine Waffe. Unten, ja, ich bin gerade... Ich habe gerade nur eine Pistole gefunden. Warte, 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 hier, ich habe die eingesammelt. Äh, wie war denn das nochmal? Habe ich die gedroppt? Ja, hast du? Alles klar, danke. So, Schrott, Flinte, wir haben besser gesagt. Alter, immer direkt stehen bleiben. Das war jetzt cool, na? Jo, 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 jo. Fresse, wir spielen Wissens zusammen. So. Alles war cool. Aber ich habe das jetzt echt auch nicht mitgekriegt, denn du siehst das echt schlecht, ob das jetzt dein Team ist oder nicht. Aber hier in der anderen Richtung sind welche von uns. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, aber da ist irgendetwas. Das ist ja nur ein Strang. Und hier in der Maschine. Eine Maschinenpistole. Von ruhig mir die Kiste. Äh, warte. Hat nur das Maschinengewehr. Äh. Wir sind dort. Bing lösst. Das wird es, äh, 2, die Pexler. Damit du Bescheid weißt. Irgendwas gut. Ich muss mal gucken, ob ich da ne Salbe. So, wie soll man ja. immer eben die Maschinenpistole hier hinter irgendwie noch Moni okay wir gehen mal Richtung da ja wo so Pfeile sind genau das war cool ich hab hier mal mit der Spitzhacke getötet oh das ist da ist ne Waffe zwei Waffen ja besser als unseres oh da ist sogar ein das habe ich wahrscheinlich das Sturmgewehr ich hab ne Salbe war ja egal ähm schaust die will ich aber auch Tole weg ja das ist einer von uns ich wollte schon sagen wo bist denn du jetzt hin hat einen grünen Pfeil auf dem Kopf ich wollte grad schießen wo ist die Zone ah wir sind direkt in der Zone ne ähm was du da ne ähm ich glaub das war aus Versehen einer von uns aber macht dann eh keinen Schaden oder ne Kiste 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 Maschinen Schalldämpfer ist mit Schalldämpfer ne du musst die ach äh warte genau den wollte ich das nehmen blöde Ohrsche und dann nehme ich die weil die hat ein Schalldämpfer ja komm schnell ich hab nämlich geschossen schon ja ja hier ist auch noch was in blau an der Falle mit nehmen wir sie mal mit nehmen wir sie mal mit hier ist noch eine Knarre ne Fistole will ich nicht weil ich häng' fest überbaum ich nehm' direkt Holz mit ja mach du mal ein bisschen ich hab sie wir sollten einfach hier eigentlich bleiben so in dem Bereich ja vielleicht da wo ich jetzt eine rote Markierung wo ich die rote Markierung jetzt gesetzt habe ja Nordwest meinst du so so ja ja genau ja die anderen markieren ja auch fleißig aber ich hab da keinen Bock weil wir spielen oh ich häng' fest gibt's doch nicht Nordwesten haben wir ah ist ja ja Bruder ist ein bisschen city mäßig ja aber da können wir äh looten ne meine Muni gar nix da springt einer und das ist glaube ich nicht ja jo oh ich hab ich muss nachladen bitteschön nur den Granatwerfer ja warte zack Vorsicht da kommt noch einer ja ah jetzt bin ich shit ja ist er tot nein der ist da nein keine Munition mehr nein ich bin auch down shit naja ja der erledigt uns jetzt ja äh schade mann ja ich kann so viel kriechen wie ich will hm wo ist denn derjenige der Noob gestrien hat oh auch down ja Noob haha so mal nächstes team ich hab ein kill ich hab ein kill wir hätten vielleicht mit den anderen zusammen bleiben sollen ja naja dann machen wir halt das nächste mal dann wissen wir das eben halt fürs nächste mal oder so naja warte ich gucke noch mal eben bist du noch da ne du schon raus ne ne ich guck zu also ich gucke bei mit booster mit beta booster naja das ist ja bei uns ich kann gar nicht weiter 20 dann kann ich nicht weiter schalten dann kann ich auch weiter schalten naja vielleicht so weil die sind nämlich auch mit mehreren zusammen naja wir hätten vielleicht ein bisschen gucken sollen naja kech jetzt gut fürs gleich weiß ich ja wenigstens ähm ah komm wir haben einen gekillt hab ich im zweiten hast du gekillt stimmt nehm jeder einen kill also was wollen wir mehr eben und wir sind nicht sofort gestorben das stimmt auch ja wobei ich lag war schon down das erste mal war ich ausgenockt ja komm aber da hab ich dich nicht recht und hab nur ein bisschen Schaden 15% Zielgenauigkeit hab ich aha Treffer 9 neunmal hab ich getroffen aber unser Team sind noch 26 und die haben nur noch 19 drück mal M dann siehst du deine Statistik ok Kills ein Assistenz ein ja genau Wiederbelebung 1 Zielgenauigkeit 10% oh da hab ich 15 Treffer 6 Treffer 9 ja weil ich hüpfe weil ich wahrscheinlich hüpfe ja ja ist ja auch egal auf jeden Fall äh ja vielen lieben dank fürs zuschauen wir sehen uns in der nächsten Folge tsch gak tschau do Tschüss.